Hallo, heute ist Tag 9 deiner Wegwerf-Challenge. Mein Name ist Thomas Borchardt und ich bin dein Coach für Ordnung. Du musst immer die Person sein, die handelt. Das ist nicht leicht, aber du ziehst viel Kraft daraus, wenn es dir gelingt. Du musst immer, du musst immer die Person sein, die handelt. Das ist nicht leicht, aber du ziehst viel Kraft daraus, wenn es dir gelingt. Heute wirst du dich wieder von einem Teil trennen. Mit jedem Teil, das du wegwirfst, schenkst du dir selber ein Stück mehr Freiheit. Kaputtes Geschirr Es ist ein Glas, das ich liebe. Eine Freundin hat es mir geschenkt, es hat einen Sprung und ich habe Angst, aus ihm zu trinken. Nach 20 Jahren werfe ich das Glas weg. Hast du Geschirr oder Gläser, die kaputt sind, nutze die Energie aus dieser Challenge. Kontrolliere Gläser und Geschirr und werfe alles weg, was einen Sprung hat. Werfe jetzt ein kaputtes Glas oder eine kaputte Tasse weg. Am Ende dieser Challenge wirst du dich sehr leicht von 14 Teilen getrennt haben. So viel wie vorher noch nie. Das ist ein sehr gutes Ergebnis für dich und du wirst wegwerfen lieben. Mein Name ist Thomas Borchert. Ich bin dein Coach für Ordnung. Mehr Ordnung geht immer und du bist auf einem sehr guten Weg. Tschüss, bis morgen. Tschüss, bis morgen. Tschüss, bis morgen.